Hallo ihr lieben Leute. Ein zweites Video von mir. Ich hoffe es gelingt mir diesmal etwas besser. Das andere war sehr leise. Aber das ist normal, wenn man mit Webcam aufnimmt. Aber eigentlich würde ich euch was anderes erzählen. Ich habe heute Geburtstag. Ich werde rund 30 Jahre. Und ich habe einen Kuchen gebacken. Ne, also ich bin noch dabei zu backen. Das ist glaube ich meine Backmischung und das ist glaube ich meine dritte Backmischung oder zweite Backmischung. Und ich habe absolut keine Ahnung ob der mir gelingt. Entschuldigung. Ich bin total frustriert, wenn man diese Beschreibung, die Anleitung hinten auf diesem Ding immer so durchliest. Wenn dann da steht, Teig glatt verrühren und glatt in die Backform, in die Backform glatt rühren. Das sieht total bescheuert aus bei mir. Ich lasse mich mal überraschen, ob der überhaupt aufgeht. Aber eigentlich müsste das ja sein. Ich sehe gerade meine Brüder da dran. Ja, das wollte ich euch eigentlich jetzt mal sagen. Und ich stelle fest, dass ich mit 30 immer kränklicher werde. Sagt man das so? Kränklicher? Ja. Ja. Ich brauche länger, damit mein Schnupfen weg geht. Hm. Ich kriege heute noch Besuch. Loco. Mal sehen wie es wird. Die 30. Okay. Achso. Und wenn ich es nicht vergesse, kann ich ja euch dann mal den Kuchen zeigen. So. Vielleicht auf dem Bild oder sowas. Mal gucken. Okay? Gut. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Drückt mir die Daumen, dass dieser blöde Kuchen klappt. Und wie würde jetzt Matthias Schweighöfer sagen? Tschüssi Kowski. Bye.